In der fünften Minuten... Nein, der muss doch rein! Ja, super! Das habt ihr schön gemacht, Melz. Juli, super! Dafür gibt es heute was, was wir gar nicht gemacht haben. Was gibt es heute? So, der Trainer heute im Interview. Und, was sagst du zum Spiel? Ich bin hochzufrieden. Jetzt waren die erwarteten schwere Gegner. Das ist wirklich ein Spiel auf Augenhöhe gewesen. Im Nachhinein haben wir wirklich die mehreren Chancen gehabt. Unser Plus war, dass wir in der Verteidigung sehr gut gestanden sind und eigentlich keine Chancen zugelassen haben. Das war so der... Der Gewinner war das. Und wie ist die Bilanz der Hinrunde jetzt? Ja, alles gewonnen, ein Unentschieden. Wer hätte das gedacht? Das ist natürlich, wir müssen den Schwung jetzt mitnehmen. Das ist fast ein bisschen schade, dass jetzt Winterpause ist, weil wir in der Bombenform sind. Aber, schauen wir mal. Da können wir den Schwung mitnehmen. Das hoffe ich doch. Also dann danke dir und eine schöne Winterpause. Servus. Das war's. Das war's. Das war's.